Mein Geschäftspartner und ich haben dich von unserer Wohnung aus in der Baker Street beobachtet. Deine Schwester hat eine Gabe. Sie kann Dinge sehen, die normale Menschen nicht sehen. Hier in der Gegend sind eigenartige Dinge passiert. 221B Baker Street. Sherlock Holmes. Was ist mit ihm passiert? Sherlock Holmes existiert schon lange nicht mehr. Jemand hat einen neuen Riss geöffnet. Die Barriere zwischen unserer Welt und der nächsten. Was ist denn das für eine... Menschen kriegen seltsame Kräfte. Wenn wir also den Riss nicht finden und schließen, sind wir verloren. Er ist der Schlüssel zur ganzen Sache. Und das werde ich beweisen, dass das ein Ende hat. Ich will das nicht. Jesse! Das ist erst der Anfang. Das ist erated, dass das ein Ende hat. Das ist ein Ende her. Das ist er встреч Davis für ei. Untertitelung des ZDF, 2020